Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast heute zu einer neuen Folge, in der ich mit dir sieben Tipps teilen möchte, wie du es schaffst, sofort Stress und innere Unruhe zu stoppen. Denn eines der größten Geschenke meiner spirituellen Lebensweise ist diese innere Ruhe, die mich in allen Lebenslagen begleitet. Dieses Gefühl, dass alles seinen Sinn hat und ich mir um nichts Sorgen machen muss. Das war nicht immer so, ganz im Gegenteil. Es gab eine Zeit, in der die Menschen in meinem nahen Umfeld mich als extrem anstrengend empfanden und denen ging ich mit meiner inneren Hektik ganz schön auf die Nerven. Das Ganze gipfelte darin, dass mein bester Freund Jörg, wer es also nicht weiß, Jörg ist mein Ex-Mann und der Vater unserer gemeinsamen Tochter. Also Jörg schenkte mir seinerzeit sogar eine Hypnosebehandlung in seiner Praxis, damit ich das Urproblem hinter meiner Gestresstheit erkennen und auflösen könne. Das war übrigens eine sehr spannende Erfahrung, denn auf diese Ursache wäre ich niemals gekommen. Eigentlich wollte ich euch davon gar nichts erzählen, aber ich glaube, ich schiebe das mal so einfach zwischendurch hier rein, weil das könnte für den einen oder anderen schon interessant sein. Ich lag also in seiner sehr vertrauenserweckenden Praxis auf meiner Liege und ließ mich von Jörg in meine Kindheit führen. Dort begegnete ich längst vergessenen Erinnerungen, die mir aufzeigten, dass mein Vater für mich sehr unberechenbar erschien. Seine Launen wechselten ständig von extrem gut gelaunt bis hin zu extrem wütend. Das sorgte dafür, dass ich mich ständig unsicher und gestresst fühlte. Wenn wir Menschen gestresst sind, reagiert unser Körper und registriert vor allen Dingen, dass irgendwo Gefahr droht. Und das sorgt dafür, dass alles auf Alarmbereitschaft ist. Dieser hohe Stresslevel kann aufgrund seiner Hormonausschüttung sogar süchtig machen. Fazit war, ich war süchtig nach Stress. Gleichzeitig trieb mich ein Gefühl des Nicht-Richtig-Seins an, immer besser werden zu müssen. Mein System hatte gelernt, nur wenn ich ständig in Alarmbereitschaft alle Eventualitäten berücksichtige und vermeide, dann bin ich in Sicherheit. Natürlich eine totale Illusion, aber mein System war davon total überzeugt, sodass es automatisch immer wieder für Lebenssituationen und innere Haltungen sorgte, die dieses Thema bedienten. Es war krass, denn für mich war dieser Zustand so normal, dass ich selbst meine hohe Aktivität gar nicht wahrgenommen habe. Erst durch die Hypnose konnte ich erkennen, was mein Umfeld bei mir wahrgenommen hatte. Wir korrigierten die Erinnerungen in eine Wahrnehmung, dass alles das ein Problem meines Vaters sei und brachten mich in das Gefühl der Sicherheit und vor allen Dingen auch der Richtigkeit, so wie ich bin. Das habe ich jetzt alles mal ganz kurz zusammengefasst. Seitdem achte ich sehr auf mich und spüre den Stress, wenn er sich ankündigt und bringe mich sofort in die Ruhe. Allerdings am vergangenen Montag hatte ich wieder eine Begegnung mit meiner inneren Unruhe und da habe ich ein Weilchen gebraucht, um wieder bei mir anzukommen. Ich hatte total verpennt. Ganze drei Stunden. Hilfe. Meine ganze Morgenroutine war im Eimer. Ich stand genervt auf, stolperte todmüde ins Bad und mein Verstand lärmte unaufhörlich vor sich hin, wie schrecklich alles ist. Dass jetzt die Zeit so knapp sei, was ich alles noch zu erledigen hätte und vor allem, dass ich den schönen sonnigen Tag verpassen und nicht genießen können würde. Boah, das Mann Kaffee, dachte ich. Kaum in der Küche angekommen, überfiel mich das nächste Chaos. Überall standen Gläser und schmutziges Geschirr. Ich war einfach am Vortag zu faul gewesen, die Spülmaschine aufzuräumen und neu zu befüllen. Für meinen Verstand ein gefundenes Fressen. Super, das auch noch. Als hätte ich nicht genug zu tun, reihte er in seine Motztirade ein. Okay. Erstmal den Kaffee draußen trinken auf der Terrasse, da sehe ich die Unordnung nicht. Denkste. Der Teich, tiefgrün, Gefahr für die Fische. Sofort startete ich die Rettungsaktion Teich und Fische. Total zerzaust im Schlammernzug, war bestimmt ein optischer Genuss für meine Nachbarn. Danach war der Kaffee kalt. Neuen Kaffee gezogen, ab mit dem Handy in den Schatten. Erstmal ablenken, dachte ich. Von meiner Welt der vielen To-dos und des Stresses. Nachrichten checken, schauen, was die sozialen Medien Schönes zu bieten haben. Böser Fehler. Eine Nachricht nach der anderen, dass meine Website einen Fehler aufweist und mein Mitgliederbereich Lenders Home nicht erreichbar ist. Zu allem Überfluss kündigte sich in dem Moment auch noch überraschender Besuchern. Okay, nix mit ablenken. Also rein in die Wohnung, erstmal Ordnung in der Küche machen. Zwischendurch Sprachnachrichten mit der Technik austauschen. Alles im Galopp mit einem quakenden Verstand, der kein gutes Haar an mir selbst ließ und auch nicht an diesem Tag. Mit mahnenden Zeigefinger wies er mich ständig darauf hin, was ich noch alles zu tun hätte. Stopp! Vormittendrin das erlösende Stopp meiner Seele. Atmen. Ruhig atmen. Aussteigen aus dem Gedankenkarussell. Langsam machen. Mir fiel ein Spruch aus dem Glückskeks ein, wenn du etwas schneller reichen möchtest. Mach langsam, stand da vor einiger Zeit. Wer hätte das gedacht? Ein Glückskeksspruch mit solch einer Wirkung. Ich fing an, mit Achtsamkeit mein Geschirr einzuräumen. Nahm mir sogar Zeit, die Blumen zu gießen. Gab meiner Community Bescheid, dass es einen Systemfehler gibt, der in den kommenden Tagen gelöst sein würde. Verteilte die Aufgaben dieser Problematik an mein Team. Gönnte mir ein ausgiebiges Telefonat mit einem Freund. Schnappte mir ein gutes Buch, mein Laptop für alle Fälle und entschied mich, nichts zu tun. Nichts tun. Auch ein guter Rausch. Atmen. Im Körper sein. Die Luft und die Sonne spüren. Den Stress stehen lassen. Es bestand ja schließlich keine Lebensgefahr. Spannend ist, mein Verstand schaltete sofort auf Stille. Okay, einen guten Impuls hat er noch von sich gegeben. So ganz leise und kleinlaut flüsterte er mir ein Dankeschön zu und meinte, dass unser Vormittag eine Podcast-Folge wert wäre. Und wie recht er hat. Notieren wir folgende Tipps. Tipp 1. Die Entscheidung. Stressfreiheit ist erst einmal immer eine Entscheidung. Die Entscheidung, gar nichts zu müssen. Was auch immer uns unser inneres System vorgaukelt oder aber die Gesellschaft, wir müssen gar nichts. Niente. Nada. Tipp 2. Der Glückskeks. Wenn du gestresst bist, mach bewusst langsam. Sei achtsam in dem, was du tust. Tipp 3. Atmen. Erlöse dich von der gestressten, flachen Atmung. Atme langsam, tief und ruhig. Dann registriert dein System, dass du in Sicherheit bist. Deine Organe werden wieder richtig versorgt und dein Körper hilft dir bei der Entspannung. Tipp 4. Pausiere. Mache ganz bewusst eine Pause. Inmitten des Chaos. Mach eine Pause. Tipp 5. Innere Struktur. Schreib dir die wichtigsten Dinge auf, damit du sie aus dem Kopf bekommst. Mach dir eine To-Do-Liste, selbstverständlich für später. Tipp 6. Delegiere Aufgaben. Du musst nicht alles selbst erledigen. Schau dir an, was zu tun ist und überleg, wer dir was abnehmen könnte. Tipp 7. Respekt dir und anderen gegenüber. Gib also den Menschen Bescheid, die auf dich warten, dass du gar nicht oder später kommst. Damit erschaffst du dir Raum, alles in deinem Tempo mit genügend Pausen und vor allem mit Liebe zu dir und den Dingen zu erledigen. Du wirst sehen, es wird dir sofort besser gehen. Vielleicht hast du ja noch wertvolle Tipps. Schreib sie mir gerne in den Kommentar. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefallen hat. Wenn du magst, schau gerne mal in die Shownotes. Dort habe ich dir einen Manifestationskurs verlinkt, der dir hilft, über deine Chakren ganz entspannt, deine Ziele und Wünsche zu erreichen. Von Herzen das Allerschönste für dich. Bis Mittwoch, deine Linda.